Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist Aldemar mit Halo Wars Weiter geht's Das gehört alles zum Plan Richtig Leute Krass, das ist doch eine von diesen Urfertern Serena, Bericht! Was ist hier los? Soll ich raten? Wir werden durch eine Art Undocksystem gezogen Diese fremde Lebensform ist uns gefolgt Wir haben erheblichen Befall am Achterschiff Ach, das ist das Raumschiff Verschwinden Sie da und schaffen Sie mir die Dinger vom Hals Krass Ey, guck mal, wir haben so einen Mech Zeig, glaubst du... Wenn wir die Schleusen verlieren, sind wir werlos Wie viele Schleusen haben wir denn hier überall? Alter Ähm Ja Ja Diese Alien setzen von allen Seiten Ports auf der Hülle ab Halten Sie danach Ausschau Aha Geschützsockel hab ich nicht gesehen Bin unterwegs Sofort Ich will zu... Ports Soll ich erstmal irgendwas hier platt machen? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme mit dem Flieger wahrscheinlich Bin unterwegs Bin unterwegs Bin unterwegs Hier kann ich Sachen bauen Bin unterwegs Gehen wir jetzt erstmal da runter Bin unterwegs Ich weiß nicht, ob sie Flieger kriegen Ich weiß nicht, ob sie Flieger kriegen Oh, hier müssen wir auf jeden Fall kämpfen Oh, hier müssen wir auf jeden Fall kämpfen Verstanden 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 Sofort Ja Schieß Feuer Verreizung der Stürmen Oh, nicht in die Stellung der alien bestand an der hülle erhöht sich und das bauwerk fängt an zu reagieren es kommen auch noch mehr drohnen wir bauen es im atom ist wichtigsten jetzt es ist vollständig vollständig mit lenken muss alles weg hier es noch schwere schütze ist sehr gut oh man die schleuse ist gleich weg das sollten wir verhindern verstanden ist nur einer ist hier noch irgendwas ganz das da verstanden verstanden mit links Gibt's doch nicht. Ketenwerfer. 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 Verstanden. Alles wieder bereit hier, sehr schön. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Das sind alles Sachen... Kann ich dir denn permanent töten mit diesen Bomben? Oder... So, gehen wir mal hier lang. Mehr äußerst nötig. Bin auf dem Weg. Geschütz vollständig. So, jetzt machen wir mal hier Schluss. Das, das, das. So, jetzt gehen wir mal hier oben hin. Ähm, okay. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Das Energiefeld reagiert auf die Aliens. Es versucht unsere Hülle zu reinigen. Suchen Sie sich Deckung. Äh. Unsere Hülle zu reinigen. Sollen wir uns... Wenn unsere Lufteinheiten den Ring in der anderen Richtung durchfliegen, grenzt das den Schaden ein. Bin auf dem Weg. Wenn unsere Lufteinheiten... Von... Bin unterwegs. Bin unterwegs. Oh, shit. Wie kann ich denn hier rein? Bin unterwegs. AAAAAH! Äh. Alles okay. Na gut, dann. Mehr Ressourcen benötigt. Ich finde schade, dass man nicht irgendwie, äh, Gebäude, Command-Conquer-artig reparieren kann. Zum Schraubenschlüssel. Regeneration. Heile Ziele. Fast ein neues Geschütz voll und billiger. So, wo haben wir denn meine Flieger alle? Was war das? Kuh? Bin unterwegs. Bin unterwegs. Wie kann ich denn nochmal endgültig mit Flammenwäffern zerstören, oder? So war das doch. Jetzt hab ich's kapiert. Richtig? Aber da ist... Ah, jetzt gehen sie ganz kaputt. Einbruch in der Sicherheitsbarriere. Massiven Befall registriert. Nicht identifiziertes Eindringen registriert. Affair-Protokolle, Pfade 3, werden eingeleitet. Kinderspiel. Schlechte Nachrichten. Ich habe ein Signal von einer Alien-K.I. abgefangen. Die Drohungen sehen uns als Bedrohung an und sammeln sich hinter uns. Verstanden. Kinderspiel. Kinderspiel. Na toll. Wie soll ich denn da mit den Flammenwerfern hinkommen? Ich könnte den Flammenwerfer auf einen von den Dingens packen. Bin auf dem Weg. Warte auf Befehle. Wir gehen los. Geschützt vollständig. Wir gehen los. Wir gehen los. Achso. Die sollen sich nicht wieder in den Dingen setzen. Ich habe verstanden. Weil der Ring zerstört die. Richtig? Verstanden. Geschütz aufgerüstet. Oh, da ist auch noch einer. Verstanden. Kinderspiel. Verstanden. Mit links. Also noch normale Gegner. Sollten alle tot sein. Erforscht. Sollten. Hornet ist hier. Hornet Angriff. Oh, die machen aber einen Schaden, Alter. Uuuuh. Entdeckung. Da kommt noch eine Säuberungswelle. Pass auf. Wir wissen euch, dass es inaktiv bleibt. Der Ring entfernt. Passiv. Achso. Ich weiß ja nicht, ob Flammenwerfer was dagegen machen. Das habe ich jetzt nicht getestet. Wie ich passiv die Gebäude vernichte. Sehr schön. Wunderbar. Das ist egal. Sehr schön. Nur noch eins. Okay. Gott war es. Hier ist die Brücke. Cool. Hornet ist bereit und in der Luft. Nächster Ringkontakt. Aber wir haben es doch. Soll ich sie noch vernichten? Das war eine kurze Mission. Aber ich weiß ja nie, wie lange die nächste ist. Deswegen fange ich nie über die zwei Missionen einem Dings an. Sonst hängen wir da dann nochmal eine halbe Stunde. Und dann haben wir eine 40 Minuten Folge. Bin auf dem Weg. Oh ja. Alles in Ordnung. Die Hülle ist sauber. Serena. Maximale Antriebsenergie. Bringen Sie uns hier raus. Hornet ist startklar. Okay. Jetzt bin ich immer gespannt. Naja. Okay. Keine Sequenz. Dann bis zur nächsten Folge. Hello Wars. Hau rein. Drei Whoo. Drei Kaihdi. P�.